Jo Leute, was geht ab? Alle waren am Start und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Notfallvideo hier vom Kanal, Leute. Ich wollte mich gestern, wie vielleicht schon der eine oder andere auf Instagram gesehen hat, in Berlin aufnehmen und zwar mit UnlockTV. Ich bin dann abends auch ganz gechillt zum Flughafen gefahren, wollte halt wieder ganz normal zurückfliegen, hab aber dann eiskalt meinen Flug verpasst. Das Ding war, wir haben heute ein bisschen länger gedreht und ich kam da ja ein klein bisschen zu spät, war trotzdem mal eine Stunde vorher am Flughafen. Aber die Leute am Schalter meinten, dann ist es zu spät. Ja, das Ding war ich in Berlin, Leute, ihr wisst, in Berlin wohnen wenig YouTuber. Ich wusste dann einfach nicht, wo ich hin soll und was ich machen soll. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte schon den allerletzten Flug um 22.35 Uhr und krieg dann einfach gesagt, ja geht nicht. Ich hab der Frau gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab kein Hotel, ich kenne aus Berlin nicht wirklich viele Leute. Ja, das ist ihr Problem und so. Da dachte ich mir, alter, alles klar. Das Ding ist, der Flieger war noch da und er war noch 50 Minuten da. Leute, ohne Scheiße, die Fluggesellschaften. Naja Leute, aber ich denke mal, ich seh das schon, ich bin hier gerade irgendwo. Und zwar bin ich bei Playscroft zu Hause. Viele von euch sollten ihn noch kennen. Er war bei mir YouTuber des Monats. Und er wohnt ja in der Nähe Berlin und hat mir gestern Abend eine Frau angeboten, mich abzuholen. Und ja, er kam dann mit seinem Dad angefahren. Die haben mich abgeholt extra. Die wurden, ich glaub so 40 Minuten weit weg vom Flughafen. Sind dann extra gekommen und haben mich geholt. Und ich kann jetzt hier pennen und Tonis Vater fährt mich dann gleich wieder zum Flughafen. Also richtig geile Aktion. Auf jeden Fall, ohne Scheiß. Toni, wenn du das nochmal siehst, vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank an deinen Dad. Ich glaub, ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Ich glaub, ich hätte mich da auf so eine Parkbank gechillt. Ich will jetzt auf jeden Fall auch kein langes Video draus machen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass heute leider kein anderes Video kommt. Leute, ohne Flachs, ich kann euch mal was zeigen. Ich hab hier schon eine Chatroulette-Folge mit meinem Dad. Noch ein kleines Infovideo und ein Agario-Video mit meinem Dad fertig geschnitten. Alles drum und dran hier mit Intro. Geht direkt los. Bla, bla, bla. Leute, ich kann's nicht hochladen, weil ich von hier keine Sumdates machen kann. Ist auf jeden Fall relativ schade. Hab mich schon richtig darauf gefreut, hier hochzuladen. Aber ich würd sagen, morgen kommt dann einfach das nächste Video. Und ja, Leute, was ich cool fände, wäre, wenn ihr einfach mal auf Blazecraft-Kanal klickt. Ihm ein Abo da, da hast du jetzt nämlich kurz vor den 10.000 Abonnenten. Und ich find's echt cool, wenn wir mit dir heute knacken könnten. Er ist grad selber in der Schule. Und ich chill jetzt hier bei ihm zu Hause, hab eben schon Tschüss gesagt und fahr jetzt gleich zum Flughafen. Ohne Scheiß, danke an dich, Toni, und danke an deinen Dad. Die hat mir mega den Arsch gerettet. Und sorry an euch, Leute, dass heute kein anderes Video kommt. Aber ich denk mal, ihr halltet dich aus. Meine Haare sehen auch maximal scheiße aus. Ich hab so geschlafen, weil ich hab kein Haarwachs und so dabei. Deswegen, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Hau da rein und wir sehen uns. Ciao.